Was machst du denn hier? Ich sollte mich bei dir melden, wenn ich in der Stadt bin. Lust auf einen Drink? Es ist 8 Uhr morgens. In L.A., 5 Uhr nachmittags. Das ist nicht wahr. Quatsch, ich weiß nicht, wie es ist. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du siehst scheiße aus. Echt? Du siehst toll aus wie eine Million. Ja, komm, gehen wir zu mir. Was ist mit dem Laden, wenn nun jemand einen Notfall hat und er braucht dieses türkise Zeugs? Wir sind in New Mexico. Er wird was finden. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, Bojack. Ich kann es kaum erwarten, dass du Kyle und die Kids kennenlernst. Kyle und die Kids? Ich hoffe, das ist der Name deiner Band. Und wer bist du nochmal?